Da kümmert die anderen besser um Flugzeuge runter zu holen Oh, das sind richtig viele Flieger Panzer, bist du mit einem 2-0-1-2-1 Da unten ist einer, schieb doch lieber auf den, der immer schießt, weil wir haben nicht so viele Och geil Lass uns fliegen, ich hab Gesicht kommt da nicht so leichter anfangen Was jetzt? Okay Wer war das? Das war ne Kapsel, glaub ich Wir sind ja von oben runter geflogen und dann ans Gruppen Oh, ne Warte, warte Ich fahr manchmal ein Stück näher ran, Vorsicht Ja, warte noch kurz, hier sind voll viele Leitlings Hier singen wir uns Vorsicht, geh mal vorne ein bisschen beiseite, sonst hab ich kein Platz haben mit Absicht Ach, du darfst ein Liberator Oh, oh, Liberator Ja, ich fahr extra ein Stück beiseite, jeden Hang Ich mach jetzt den Air Max Ich mach jetzt den Air Max Da kommt ein Panzer runter So Und da ist irgendwo ein Snack Max So Hau die, ich mach noch das, ähm Ich werde dich dann immer Boah ey Nervig, der Panzer hier überall Ich hab den Gegner aber schon geschlagen, ha? Oh Oh Pfff Pfff Ich muss gleich nachladen Ich muss die Zoll hinlegen So So Lightning Lightning Kommt mal hier irgendwo, okay, ne? Schwere feindliche Einheit Wir sind hier voll eingekestelt Wir sind eingekestelt Da ist der Lightning Wo ist denn der Helm? Ich wäre in einer halben Stunde auf Kampfbank 5 gekommen Das ist echt geil Lightning weg ist er Die 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 Ich würde gerne diese Bord 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 Wunderwerden. Rügel weg. Boah, nicht im Blick für die Kanone latschen. Kommt nicht so clever. Okay, wir... Station ist alle. Station ist uns, ne? Ich lasse hier, die kriegen wir nicht. So. Jo, ziemlich viele Flieger vor allen Dingen. Oh, sorry, ich gehe mich heilig besser. Ich brauche nix. Ah, der ist zu weit. So unten ist einer, unten... Achtung, Granate, Granate, Granate. Der ist grad hier runter. Dann machen wir's mehr gegen Heiler und alle. Da, der da. Fluganhalt, direkt hier. Oh, wo ist er? Wo? Nein, der schiebt. Ist das ein feindlichster Thunder? Das ist unser... Ne, unser... Ich wollte grad noch meinen eigenen Thunder mal an. Haha, von lauter Gewühle. Das sieht mir auch, ob das. Nicht mehr. Wir sehen, ob der Rot ist. Ich hab meinen sogar... Ich hab meinen sogar damit schon mal zerstört. Haha, auch nicht schlecht. Ja, wohin? Einen seh ich noch. Und zwar, ähm... Im Westen. Hinterm Ahr im Westen. Direkt Fuß folgt. Die Eins, grabe ich jetzt drauf zu. Hat ihm, glaub ich, grad zerlegt. Ey, bleib mal gleich. Du kannst auch so reinsteigen. Was soll man denn machen? Bitteschön. Können doch noch ne Runde weiter. Der ganze Rest davon raus. Da rechts daneben, dieses... Entweder die Traverse oder das Esamir Munitions-Dings-Wumms. Nur da rappelt es, volle Pulle. Ach, Robin, Action! Oh, kann wir hier die Panzer fahren? Haha, ich kann der Dinger gar nicht fahren. Warte mal, wir sind doch in einem Trupp. Wir können... Ich kann den freigeben. Zement, warte. Runter. Trupp-Platoon. Speicher verlassen. Irgendwann der Pit. Sagt einer. So, da bin ich wieder. Ähm... Könnte der Tuner mal placeen? Irgendwie in der Station Medic, unten in der untersten Etage. Ich bin leider... Komplett... In der Hauptbase gespawnt. Ich komme zum Flieger. Wenn ich es denn schaffe bis dahin. Hahaha. Sag mal her. Willst du mich mit? Ich bin nur mit der Skide gerade. Mit dem anderen Ding kann ich gar nicht fliegen. Na. Werd ich die nächste Folge mal machen, dann lacht ihr euch kaputt. Oh, oh. Ich kann noch heifer werden. Voll der Gib. Ich bin auf dem Dach. Irgendwann. Bei der, ähm... 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 für ressente, äh... Jurusgoont. Bei der geht's. Oh. Einer, ha! Einer hat, einer hat, mit dergranate die multi-kill gemacht, ein riesig. Hier ist gar nicht so leicht durchzukommen, ist alles voll! Piss! Pass, als wenn die... ...und Kampfwann sind. Komm ich im Leben nicht an! Ich glaub mich auch, wie die das geschafft haben, die haben ja dann jeden Tag... ...das ganze Plateau ist voll, ey! Ich bin da, ich hab's geschafft! Bündlich! Zum Einer! Da ist ein Lightning ganz hinten am Asch der Welt. Äh, Nordosten. Einer fällt direkt drauf zu. Vorne schießt auf einmal und hab irgendwie zwei Leute gefilzt. Hinterm C-Gebäude versteckt sich einer bei der 5. Vom Delta T-Peace-Maker, Peacekeeper. Ja, er hat in der Kaffee geknallt, den Max. Sehr schön. Mein Zander, mir fährt noch fleisch durch die Gegend. Oder ist er platt? Fahrt ruhig, schon neu. Ich fahr mal wieder mit. Nekwäude! Nekwäude! Nekwäude ich auch, Nekwäude! Nächstes Ziel! So wo geht's nun hin? Genau, wo gehen wir denn hin?! Ne, nicht die Dicke! Ey, wer fährt noch hier? Pfäh! Das gibt's doch gar nicht. Traverse, Traverse, zack! Danach Snow, äh, ja. Snowshoe Watchtower Hup McRider Ups Tach Hilfe Ist ja alles voll Wer fährt jetzt überhaupt nicht erlaubt Die alle die rauskommen, die spawnen Die können nicht bremsen Wir schießen auf die eigenen Leute Wer war das? Du warst das Der Wobby war nicht Jaja Ausnahmsweise Ausnahmsweise Er hat heute glaube ich erst zwei eigene Leute Gekillt Ein guter Ja Boah Boah Der hätte ich meine Zermatscht aus Versehen Was ist denn hier? Fußgänger Guck mal Hey Was gibt's denn denn? Wo ist die Sau? Er rennt da Auf Hase Auf Hase Auf Hase Auf Hase Auf Hase Auf Hase Aber das ist komisch Wir haben jetzt irgendwie 20 Leute im Team Oh ey Das war gut so, das ist wirklich gut Sonst hätte sie hier ein Dauergesülze Dauergesülze Ich hab mich mal irgendwann wiederbeleben Ich hätte gerade jemanden Platz gefahren Ich bin... Auf irgendeinen Jügel, äh bei Wollen wir grad hinfahren? Boah, das macht keinen Bock mehr Alles was ich nehme, werde... Von Maxi, ich hätte nicht mehr Platz gefahren Warten, äh Warte, ha Häh Eistens, du findest du, ich hab's reinkraften Ja? Ein Minecraft-Milker, ja Oh shit, ich bin mit eistens auf einer... Ich bin mit einer Leifen Körn morgen, der Neve findet sich eine schwere gegnerische Einheit Ach, mir leid Feindlicher Ingenieur im Einsatzgebiet Feindliche Max-Einheit identifiziert Ich werde... Die laufen... Wie die Fliegen... Ich muss mal da rüber Irgendwie... Ich muss mir halt gebeutelt, oder warum? Wissen die, bei dir... Was war denn vor da? Oh, das war nur... Den hat's aber arg gebeutelt hier Ich kann nicht erkennen Warte mal, ich hilf mal... Reparieren Du schon bei Traverse, oder wo bist du... Ach so, da kommt irgendwie... Diese kann ich nicht reparieren, was ist für den Scheid Ich hab mir gar nicht gemischt Helm? Bitte? Wo bist denn du jetzt? Ähm... 100 Meter vor der Markierung... 200 Meter vor der Markierung... In dem Tal... Ach schon... Aber wo die drei... Da wo der eine Maguire und dann noch die... Südwesten... Da einfach durch... Da... Komm schon rüber... Hä... Jawohl, sehr schön Kuckuck, versteck dich Na... Wer bist du denn? Scheiße, erlebt immer noch... Das ist der Dove, ne... Bei den... Du kannst die nicht überfahren Boah, wie schnell hat er denn nicht down? Ich muss raus Aus, die Kiste Oh, dieser Jopps ist... Oh, dieser Jopps ist... Aber jetzt nicht das 50% Schaden... Schmerz raus Oh... Oh... Fuck, sorry... Ist immer eine Granate gewetzt Die ist irgendwo kleben geblieben... Abgeprallt Oh 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 oh... Auf der Brücke ist die Hölle los Ah, wo die Spawn ist... Da kannst du auf die Hölle los Hm... Wem ist der... Thundra im... Osten von dem... Von der Markierung Jemand der im TS reden kann Unten im Tal Tschutschke Deiner Nein... Der im Tal ist weg Oh, der Spion hat's drauf Der Spion... Ah, den meinte ich Der andere ist auch weg Die ist alle Thundra weg Wow... Ah, ehrlich... Na dann... Will ich einen neuen holen Du hast doch erst grad im... Er ist einen... Abgelaufen Ach, schnick schnack... Ist bestimmt abgelaufen Aber wer springt hier einfach von der Brücke? Der Woppy bestimmt... Woppy? Hallo... Der Woppy bestimmt... Der Woppy bestimmt... Der Woppy ist ganz... Auch wenn der schon betroffen ist... Aber das macht er nicht... Das macht er nicht... Das macht er sogar mit Panzern... Bauen kann man an Traverse immer noch nicht irgendwo, oder? Ich hol gerade... Ich bin auf dem Weg... Ich muss nur weg... Schmeiß mal deinen Stängel hin... Das ist ein Stängel... Ne... Da ist schon wieder jemand wiederbelebt... Interessant hier... Bleiben wir nicht drin... Aha... Da wisst ihr noch gar nichts... Hahaha... Neue... 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 Ich bin auf dem Weg... Oh! Ich bin auf dem Weg... 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 Hat zum Beispiel geschafft als Ingenieur... Ampjet dann den Apfel zu übernehmen... Noo... Oh noch nicht... Ich bin auf dem Weg... Oh! Einfach auch nicht rum... Ich bin auf dem Weg... Oh! Oh! Nein, das kann nicht mehr sein... Es kann nicht angehen... Jetzt hab ich die Grafik-Bugs. Was ist das für eine Scheiße? Kann sich nach dem ausschauen. Ey, seit die, die das gepatcht haben, läuft hier nur noch Kacke. Ich hätte das auch vorher schon genommen. Toll, ich fahr jetzt irgendwo die Brücke runter. Ich kann gar nicht anhalten. Nix. Bin gleich Moose. Jetzt kommt McRider Power. Oh nein. Nein. Weil wird irgendjemand überfahren. Hallo Helm. Hallo. Was für eine Scheiße. Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen. Und immer positiv denken. Noll. Würde mich mal einer irgendwie einladen? Ich bin noch nicht mal mehr im Platoon drin. Ne. Super. Ich mach kurz. Ich mach kurz. Das geht nur wirklich nicht. Das spielt doch alleine so'n Scheiß. Barmin. Ja, ja, ja. Das ist doch wahr. Sobald ich das sehen kann, ist Judge Gruntor gerade der Chef. Der Kapitan ist bei uns. Der Alpha-Trupp ist noch nicht da. Der Alpha-Trupp ist auch immer Helm drin. Erstmal dieser Kapitan oder? Der Papa. Der Alpha-Trupp ist ja. Der Alpha-Trupp ist nicht da.